Der Black Panther Er gehört seit über 50 Jahren zu den Marvel Comics. Er ist sehr interessant und wird das Publikum überraschen. Ich konnte mir den Black Panther nicht in einer Nebenstraße von New York vorstellen. Ich liebte die Idee von einem Superhelden, der in Afrika lebt. Er muss sich um eine gesamte Nation kümmern, so eine Verantwortung tragen, andere Superhelden normalerweise nicht. Er ist zwar das Oberhaupt eines Stammes, aber er ist noch viel mehr als das. Zu sehen, wie sich seine Kräfte entfalten, macht richtig Spaß. Bleib cool. Ich bin immer cool. Ich freue mich schon auf einen afrikanischen König, der stark genug, schnell genug, smart genug ist, um das zu tun, was T'Challa in dem Film machen wird. Er hat etwas ganz Besonderes an sich. Man sieht einen Superhelden in einem anderen Licht aus einem neuen Blickwinkel. Black Panther Ich habe Götter fliegen sehen. Ich habe gesehen, wie Männer Waffen bauen jenseits meiner Vorstellungskraft. Aha. Ich habe gesehen, wie Aliens vom Himmel fallen. Yes. Aber ich habe noch niemals so etwas gesehen. Was verbergen Sie noch? Hau da! Let's go! Let's go! Wir sind zu Hause. Mein Sohn, deine Zeit ist gekommen. Show me my respect and bow down. Du musst entscheiden, was für ein König du sein willst. Bleib cool. Ich bin immer cool. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Eine neue Weltordnung. Ich brenne alles nieder. Was jetzt passiert, bestimmt das Schicksal der restlichen Welt. Ich bin immer cool. Ich bin immer cool. Du kannst nicht nicht gut, Schöne. Du kannst nicht gut, Schöne. Du kannst nicht gut, Schöne, und Schöne. Wir sind nicht über dem Island. Der Revolution wird nicht televised. Wir werden nicht verstehen. The Revolution will be live! Black Panther